jo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge farmers live mit achim wir fahren gerade zum hof um das mehwerk anzuhängen oder eigentlich können wir mit dem phantman hin oder? ja ich muss schon mit dem phantman hin, dann kann ich auch mit dem phantman hin eigentlich kann ich schnell mit johnny das ganze angehängt lassen aber ich denke ich so schnell wo ich jetzt völlig sehe und dann kann ich dir noch mal helfen kommen aber wenn ich schon ein gutes stück schaffte aber ich halt doch nur ein bisschen mehr wie man denkt ja ich stelle jetzt erstmal hier zur seite vorm kubber hin ja macht das sicher immer noch selbstständig mh der steht gerade Richtung wallen, wallenhand, hallenwand mann ich steh echt mittendrin aber egal ich soll noch rundum leuchte ja was machen ist ja egal, ich muss ja gerade irgendwo schnell oder los verstehe ich ja bestimmt ein hack mir weg wollen wir auch noch aber irgends auch mal vielleicht wenn die zweite wiese auch mal soweit ist ja irgendwie möchte ich mir schon ziemlich viel ja irgendwie schon gar nehmen wir hier einfach direkt mit ich soll es auch anmachen ich soll doch erst schon zapfwelle dranhängen ja ich habe ihn nicht gemacht ja ich habe es gemerkt ich sehe mich gerade, wieso geht hier nix? ja auch nix erstmal schön außenrum mähn dann kann man die fläche denn macht man hektar ja das ist halt schon wie eine andere arbeitsgeschwindigkeit hier mit 22 groß wird wiese zum holz ja wieviel war ich beim Sehen ja wieviel war ich beim Sehen also ich war 50 ja ich denke du wirst ziemlich ähnlich wie ich fahre das Mülleimer hier hinten hat man immer nur erklärt oder? es ist überhaupt nicht so neu oder? keine Ahnung er schaut doch schon er schaut mal dort dafür dass es vielleicht gar nicht mehr als unser ist, oder? oder gut, hey? ja stimmt die ganzen Äste von den Bäumen gegen die Scheibe hier geil ich will die Wiese ausnutzen ja so lange der Scheibe hier machst das wird der ihr seid ne ne bis jetzt ist nur ganz und wenn er war es ja nicht ich sondern der Baum wenn er war es ja nicht ah ok Versicherung zahlt genau von den Förstern auf unserem Grundstück ja auf unserem Grundstück hallo wahrscheinlich wird da jemals was den Förstern zahlen wir sagen einfach genau das ist nicht unser Grundstück ja ne dann wird es manchmal kritisch wenn wir jetzt nochmal den Baum weg haben wollen ja das stimmt allerdings wenn ich kein echt kritisch war ui 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 trotzdem gemäht werden ja ja ok wenn sie ganz denn denn kriegt es mir nicht ganz so weit hoch ich glaube allgemein das sind wirklich hoch oder allgemein ist einfach so krass hoch das kann aussehen oder allgemein in Teil des Qualitäts ja gute Qualität ist auf jeden Fall wie wurde ne die 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 Ja, gerade so zu mänisch, der fände eigentlich schon praktisch. Ja, schon, auch für Ballearbeit und so. Ja. Da schon hinten ein bisschen leid, äh, ja, da hinten war es leid. Aber sonst, krieg ich dran dann gar nicht schon. Ja, so macht man Hektar. Mhm. Mhm. Okay, let's go! Okay, wohin? Uff, du Oko! Run! Sobald du für dich geschmückt... Man! Merke es mir! Okay! Okay, näher! Unsere Schafe geht jetzt auch noch gut, Schöte ich mir! Hoffen wir es mir! Die wird noch alle... und wir müssen jetzt das Haus oben machen... und wir müssen die Schaufel wieder da unten flauen... und wir haben noch einen Unfall, die haben jetzt so oben... Ich mähe hier schon seit Stunden... Nein! Hast du ihn nicht? Nö, glaub ich auch noch... Ich mähe hier schon seit Minuten... Ich muss mich nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... ... Mähen ist schon ne schöne Sache. Da macht mein Heck da. Ja. Denk mal jetzt nur mit nem Heck mehr weg. Boah, dann würde ich ja wirklich mal Heck da machen. Boah. Dann könnte ich sagen, du machst Heck da. Mhm. Jetzt mach ich Meter. Ja. Jetzt mach ich richtig Meter. Mhm. Und wie viel hast du bis jetzt? Wie viel Fahrgassen hast du hinter dir? Eins, zwei und mach grad die Trude. So machst du's. Und wenn ich fertig bin mit Mähen, bist du fertig mit Marco? Aha, perfekt. Wenn nicht, musst du mir Geld zahlen. Okay. Komm vom gleiche Konto, wie das drauf kommt. Mhm. Fuck. Da war ja was. Mann. Mach dir mal ein eigenes. Nur kurz. Da hat's ja probieren können. Da weiß ich, wer jetzt nicht. Ah fuck, ich wollte grad sagen, wer jetzt nicht das Essen zahlt, aber immer noch das gleiche Konto. Wer jetzt nicht das Essen macht. Und wer jetzt nicht die Maschinen putzt. Ja, kann ich machen. Okay, perfekt. Und einen Kuchen backt. Perfekt. Gibt's bei der nächste Bakery. Ähm. Und die, das Schwein vom Nachbarn Metzgeld. Gibt's den Metzger. Wir klauen einfach ein Schwein vom Fred. Einfach so über dem Zaun lupfen. Wahrscheinlich lupf schon ein Schwein über dem Zaun. Jo. Mit dem Frontladen vielleicht, ja mehr oder nicht. Ähm. Ja. Also so ausquachsene, fede. Runde. Ja, mit dem Frontladen? So fucken. So fucken. Ist ja süß. Aber auch irgendwie, ja, komisch. So ein Mini-Willi. Ich wollt eigentlich grad das gleiche sagen, aber nur mit WANN. Wollt sagen, ja, dann haben wir aber zwei Schweine im Haus. Dich und das Baby-Ferkel. Da kommst du mit Mini-Willi. Mini-Willi. Haha. Jetzt ist schon witzig, ja. Wir brauchen ein Ferkel. Das nennt man dann wirklich Mini-Willi. Haha. Willi-Mini. Haha. Oh ja. Können wir mal bei Fred anfragen. Ob er einen Mini-Willi hat. Ob man... Haha. Mini-Willi. Hat was. Ja, ja. Da kommen die Frauen von allein angelaufen, wenn du sagst, wir haben einen Mini-Willi. Ja, auf jeden Fall kommt der Erklopfer. Ich glaub eher die gar nicht. Ich glaub, die verstehen das irgendwie zweideutig. Hä? Können die gut sein, hm. Er denkt schon heutzutage zweideutig, hey. Okay. Das heißt so. Das geht ja auch gar nicht. Überhaupt nicht. So. Ich trinke mich mal. Nö. Das hab' Leute noch mal. Was machen sie denn? Hab' kein Hack-Me-Werk, tut mir leut. Ich hab' keine Spaß mehr zu machen. Keine Hack-Me-Werk. Nö. Nö. Das hab' Leute noch mal. Ich hab' nicht mehr ruhig. Und irgendeinem flöte den Radio. Du- 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 du. Genau das Lied. Kein anderes. Du- 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 du. Soll's Musiker werden. Kein Radio. Die Boys, die Boys. Machen wir ein Label auf, oder? und dann machst du einfach und das wird der Hit. Ja, hast du es nicht gewusst. Ui, wieder 22 Corona-Hit. Oh, oh. Oh, Kringle ist dauer. Leute, ich fuhle Muckatzing. Aber bis Mini-Willi kommt dann wieder alles gut. Ja, Mini-Willi. Ich drehe meine Runden schon mehrere Meter. Habe ich getan. U. Ja, ich bin auch so gut, der B. Perfekt. Ich bin der Uwe im B-A-O-B. Okay. Uwe. Uwe. Wo ist der Uwe? Wir sind gerade schon ein wenig dumm. Ich bin hier am Grasmähen, mehr meine ich. Aber nur minimal. Ja. Und nur manchmal. Ich kann dürften mit dem Fend. Kannst du das auch mit dem K-Fend? Fend-Fend. Ich dürfte, ja. Fend-Fend-Fend führt nicht. Ich dürfte aber wenigstens. Ja? Ja. Fast and the Furious kann bei mir abgucken, Hill. Oh. Die wollen mich bald als Stunt-Fahrer. Stunt. Stunt-Stunt. Ja, im nächsten Teil fährt ein Fend mit. Ja. Dreh 9er. C-E-E. Das steht jetzt auf. So Lambo, Dodge, Dodge, alles in San G-T-R. Dann kommt so ein Fan vorbei. Dann kommt Schluss, du. Möp. 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 Das wird der... Hä? Das ist jetzt der Legende, du Mini-Willi. Ja, die schreiben mich heute noch an, du. Und wollen uns engagieren. So塊 Filmdreh. Weißt, wenn du im Club mit dem Mini-Willi unterwegs bist, bist du schwach bläber, schädlich bläber, schüss. Äh. Du musst ein paar langsamen Mini-Willi drauf, der geht zwei Mal, alle da broated, und ich krieg alles umsonst. Held. Wir brauchen Mini-Willi. Ich bin die Willi-Gang. Was ist eigentlich heute in der Luft hier? Gras. Ah ja. Oh, ich soll mal mein Fenster aufmachen, das ist das falsche Gras. Bevor mich hier die Polizei anhält hier. Ruf doch die Polizei. Das ist das Gute am Bulldog, weil ich vorne Fenster auf hinten Fenster auf fertig bin. Brauch ich schon keine Lüftung mehr. Aber wenn es dann die Rauchschwaden hinten raushaut, dann haben sie manchmal auch andere Vermutungen. Ja, dann durch ein bisschen rechts und links Fenster auch mal, oberst Dach luken, dann hast du die Frischluft des Todes. Ich bin fertig mit dem Mähen. Mä, mä. Ui. Uuuu. Okay. Wir brauchen auch noch einen Gänse-Günther. Hast du einen Gänse-Günther? Ja, einfach eine Gans. Dann hast du auch einen Gänse-Günther. Hast du einen Gänse-Günther? Hast du einen Gänse-Günther? Gänse-Günther? Dann gehen wir zusammen mit Mini-Willi und Gänse-Günther. Mini-Willi und Gänse-Günther. Kacke. Ich bin fertig mit dem Mähen. Und fertig mit der Welt, bin ich auch. Ja, ich habe auch noch einen Gänse-Günther. Oh Gott. Mini-Willi und Gänse-Günther. We are back. Gut. Also, falls irgendjemand... Weiß mal wieder komplett. Richtig. Falls irgendjemand grad von euch denkt, uns geht's gut. Alles gut. Uns geht's wirklich gut. Wir sind halt ein bisschen dumm im Kopf, aber darauf kommen wir nix. Okay. Ich kann vielleicht dran liegen und will zusammen großkurzend. Nee. Kenne ich gar nicht. IG oder? Perfekt. Perfekt. Epi-Stimm-Buch. Jetzt mal ganz kurz wie dieses geistige Video hier. Perfekt weiter geht's. Du, 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 du. Bin auf dem Weg zu dir. I'm coming to you. I'm on the roller now. On the roller. Yeah! Ich wollt's grad jetzt sagen. Yeah! Oha, da machst du ja richtig Hektar hier. Oha! Ja, grüß dich. Bist ja auch gleich fertig. Kann ja direkt wieder heim fahren. Du, du, vierfingelnd-Schirne-Bull-Look. Ja, aber hier ist kacke. Aber ich mein jetzt wieder hier die geraden Bahn und ähm 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 äh. Ja, das ist zwar letztes Mal auch schon. Egal. Ja, mir muss ich gleich klappen. Jetzt war ich mal Triwut heute, dann da ist nichts so hoch. Gab's, gell? Ja, das wäre praktisch. Schon ein bisschen schwierig. Und wie schnell fährst du? 15. Ich auch. Oha. Look at these. Okay, nur hat es jetzt alles da wartet. Größere Schuhe, größere Arbeitspläte. Ja, ich habe vier mehr da. Ja, ich habe nicht mehr. Ja, okay, ähm, Ding. In dem, ähm, 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 GPS-Tool wird 3,50ern gegeben. Uh. Direkt mal reklamieren. Ja. Für Geld zurück. Geht zurück, Garantie. Genau. Wenn nicht kommt Mini-Willi und Gänse-Günther. Und dann geht's ab. Hey, wenn die vorbeikommt, dann ist es vorbei. Dann... Dann stehe ich im Schacht. Dann kann ich nur noch rennen. Ja, aber du musst ganz schnell rennen. Mhm. Aber ganz, ganz schnell. Gänse-Günther ist zu schnell. Zu wild. Gänse-Günther ist das Mini-Willi und Gänse-Gün-No-Man. Okay. Okay. Du wolltest wissen. Ja, genau. Und falls sich irgendjemand fragt, nein, wir nehmen keine Drogen. Und wir sind gerade nüchtern. Niemals. Ja. Ja. Es macht sich glaubwürdiger, wenn du weiter so reagierst. Das stimmt allerdings. Man kennt euch gerade schon, meine, dass ich mir irgendwas gebraucht hätte oder irgendwas trunker hätte. Aber ihr wisst ja, warum. Wir haben einfach Spaß am Videomachen für euch. Ja. Verständnis. Und nicht. Wenn sie sich dann immer denken, wie es ausstrengend wahrscheinlich ist, wenn wir die ganze Zeit aufeinander hocken. Aufeinander hocken wir nicht, wir hocken beieinander aber auch, okay. Ja. Ja. Du musst dir so denken. Ja, sorry, ich beug nur vor für unsere Zuschauer. Nicht, dass sie was Falsches denken hier. Ich bin nicht vorführer, gleich. Vorbeugen. Nein, das hat sich auch... Nein. Ich glaube, der findet so die Ecke dann nur ein bisschen in die Werkstatt. Ja, du auch. Du kannst direkt glückgehen. Aufbaustelle. 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 Es macht sich besser. Es macht sich besser. Es macht sich besser. Oh, fuck. Jetzt brauche ich vielleicht doch einen Arzt. Oder einen Therapeut. Wir sind da drauf. Therapeut würde auch noch gehen. Therapeut. Oder einfach alles. Alles. Ja, aber damit würde ich auch sagen, das war es mit der Folge Farmers Live. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne da oben und da oben da oben gerne abonnieren. Glocke aktivieren, könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbei schauen. Da kommen täglich neue LS-Bilder zur Zeit. Was hat da auch nichts für einen, ob ich das streamet oder so. Weil das ist dann ja eigentlich meistens ja ein Starkündiger oder so. Und das hat halt wirklich so mit dem Da und dort vielmehr. Und ja. Für die Böse von Vorschlägen immer gerne in den Kommentaren, Schreibergut im LS-Profi. Wobei ich um das Projekt immer eine andere Perspektive zum sehen. Und tschau. Tschau tschau.